Ich träume, seitdem ich Musiker bin, von großen Konzerten, von großen Stadien und von feiner Musik. Meine Talente sind Musik und Musik genießen. Musik machen und Musik genießen. Ja, mit Sicherheit so eine Art von Perfektionismus, der einen in den Wahnsinn treiben kann. Einer meiner Dicks ist auch sicher, dass I-Tüpfel reiten, mit dem es meine Mitmenschen oft schwer haben. Ich spreche Tschechisch und Deutsch, Englisch, also die drei Sprachen und Ordinär. Also zur Zeit bin ich Vegetarier und am liebsten wäre ich irgendwann wahrscheinlich Veganer. Ich tanze für mein Leben gerne und komme aber leider zu selten dazu. Also meine Kinder sagen, ich habe keinen Humor. Also insofern wahrscheinlich recht trocken und dafür aber permanent. Ich hab ihn mit, warum man die